Oh, da ist der Baum gewachsen. Das finde ich aber schön. Die Bäume wachsen irgendwie, wenn sie dicht nebeneinander stehen, habe ich so das Gefühl. Geil, da kriegt man zum Teil zwei raus, oder? Nein. So, ein bisschen geklicker. Oh man, ich will da überhaupt nicht drüber fallen. Ganz ehrlich, das wäre nämlich absolut... Scheiße. Auf jeden Fall, ähm... Ist jetzt der Schnee weg und ich hoffe, da wächst jetzt was. Warum renne ich eigentlich? Wenn ich renne, verbrauche ich Hunger. Ich bin auch so dämlich, ey. Warum? Sagt mir das mal, warum? Auf jeden Fall, wir haben gerade 11.26 Uhr in der Früh. Bin gerade erst aufgestanden. Aber da... Ja, sortieren, ey. Sortieren ist das A und O. Ganz ehrlich, sag ich. Ich empfehle es euch auch. Sortieren. Sehr wichtig. Und Essen sammeln. Oh, sehr wichtig. Und ne Axt bauen. Sinnvoll. Ey, da draußen schreien kleine Kinder rum, das nervt. So, und ich glaube, an Holz mangelt es uns nicht. So wie das aussieht. Und wenn da jetzt noch ein Apfel runterfallen würde, wäre ich sehr dankbar. Komm schon. Apfel. Apfel. Oder Setzling, komm schon. Okay, die lasse ich jetzt einfach sich von alleine abbauen. Weil wenn da nichts draus wird, den platze ich mal da hin und den hebe ich auf. Weil wenn wir keine Bäume mehr haben, sind wir übelst. Aber richtig übelst. Übelst. Auf Schwäbisch übelst. Am Arsch. So, wir starren jetzt ganz gediegen auf das Blätterwerk, das noch am Baum hängt. Beziehungsweise in der Luft. Haha. Ja, und ich hoffe jetzt, die wachsen doch die Melonen. Ganz ehrlich, was wollten ihr? Hier, da, wollt ihr? Oh, warte. Du gehst ja gar nicht dazu. Entschuldigung. So. Wollt ihr mehr Platz oder was? Meine Fresse, ganz ehrlich, sie können sich nicht entscheiden. Dann kann ich das ja wegmachen. Ehrlich mal, das geht so nicht weiter. Ja, aber eigentlich bin ich auch ganz schön schlau. Da kannte ich. Oh, meine Fresse, hoffentlich kommt da jetzt ein Samen raus. Jawohl. Drei, zwei. Sehr nice. Sehr nice. Oh, shit. Oh, jetzt brauchst du eine beschissene Welt. Hark. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, was mach ich? Ganz ehrlich, so viel Bullshit könnte ich mir noch nie wieder fahren. So, ich hoffe, da haben wir genug Licht. Wenn nicht, hier haben wir noch ein bisschen. Und wenn das jetzt nix wird, eh, dann raste ich aber. Nein, kein Samen rausgekommen. Okay, ich hab mich dazu entschlossen. Ich baue da noch einen zweiten hin. So. So sieht's aus. So, und das brauchen wir nicht. Und das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Und das brauchen wir nicht. Und das hier brauchen wir nicht. Und das brauchen wir nicht. Aber das brauchen wir schon. Warum mach ich das denn nicht? Ah, Mann, ey, so dämlich kann doch nur ich sein, oder? So. Vergrößerung Meine Base Kaktus kann man nicht essen, gell? Schade. Kann man aus Kaktus irgendwas craften? Nö. Ach doch, mit Knochenmehl kann man grünes Farbe draus machen. Oh mein Gott, ey. Ach, ja. Ey, das funktioniert sogar. Ich bin ein Genie. Und gleich sieben Stück. Das lohnt sich ja richtig. Okay. Ey, und wenn wir dann erstmal hier sechs Melonen haben. Sechs mal sieben sind 42. Glaube ich jedenfalls. Ja, doch sind 42. Ja, das wär ja richtig krass. Ey, Collega, stell dir das mal vor. Jetzt kommen da wieder die Viecher, ey. Ey, ich warte. So, ich muss die Fackel mal neu platzieren. Dass hier auch ja nix spawnt. Wobei das da will ich noch wegmachen. Run for rest. Run. Oh mein Gott, ich kann wetten, wenn ich jetzt hinter mir gucke, sind da schon Monster. Oder auch nicht? Ich glaube auch besser so, wenn da keine sind. Gut. Ich glaube, ich muss die Ordnung hier ein bisschen anders machen. Komm, darüber haben wir eh nicht so viel. So, Essen und Fackeln und Obsidian. Da unten kommt der Schnee hin. Aber ich glaube, es schneit jetzt überhaupt nicht mehr. Okay. Da ist ein Enderman. Gib acht, der Enderman ist da. Und der klatscht uns runter. Okay. Die haben wir jetzt gepullt. Und die mache ich jetzt ganz gedegen. Ich mache euch kaputt. Nein, nein, nein. Nein, nein. Oh, shit. Oh, das ist richtig großes Shit. Shitty, kacky, booms. Meine Freis, nee. Wir brauchen. Wir brauchen. Oh, meine Freisen. Okay, dann. Bob, der Meister. Yo, wir schaffen das. Alter, die Kinderserie. Bob, der Baumeister. Alter, ich habe das früher so gesuchtet. Also, früher im Sinne von, wo ich noch klein war, fünf Jahre alt oder so. Das war vor zwölf Jahren. Ja, zwölf Jahren, genau. Und Alter, so mega. Bob, der Baumeister. Ganz ehrlich. Im Kindergarten. Da hat man nur über den gelabert, ey. Sich ausgetauscht. Ey, yo. Hast du die Folge angeguckt, Mann? Der Bob. Der ist mega abgangen, Alter. Hat Brücke repariert und Igel gerettet, Mann. Das war's. Ganz ehrlich. Das war's Highlight damals. Nur, dass der irgendwelche Tiere rettet. Und heutzutage gucken die Jugendlichen so Bullshit wie Ja, okay. Bullshit nicht, aber ich finde es scheiße. Berlin Tag und Nacht oder sowas. Größte Scheiß finde ich. Ganz ehrlich. Mit natürlich Äh, aber genau. Was ist noch so ein Scheiß? Äh, Köln 50667 oder wie das heißt. Keine Ahnung. Boah. Gerade schon fast runtergeklatscht. Okay, lol. Der Enderman ist wieder weg. Soll ich bin? Immer ganz gediegen. Weg machen. Nein. Jetzt durch die Seite nach. Boah. Bullshit. Alter, macht er zwei Schaden. Und ich spiele auf einfach. Normalerweise sollte ich auf normal spielen. Habe ich so das. Kommt er jetzt? Ganz ehrlich. Distanzschuss. Zoom. Quatsch. Okay, jetzt. Nein, die XP sind runtergefallen, aber er hat Knochen getroppt. Einen. Besser wie keinen. Das ist Electionsehen. Versteigungen. Einen. horrible. von NasdaTC.